Musik Was ist denn da? Oh, hier. Gar nicht mal. Achtung Schwimmbad! Das ist jetzt... Ich weiß nicht, wo mein Ansaugbereich ist, aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Das war aber ein richtiger Bremseffekt, mein lieber Scholli. Irgendwie riecht es ja komisch, oder? Nach Verbrattung Regenwasser? Das war ein Ei. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so tief ist.